Ich spiel Support, ich spiel Support, ich spiel Support, so viele Konstrukteure, was, einem? Ah ne, Dings hier ist ja auch ein Konstrukteur, ne? Wer was? Welche? Die, die ich gerade spiele, ist ja ein Konstrukteur, die hat ja so ein, ja du hast so die Selbstschussanlage halt. Ja, die zählt als Konstrukteur, damit. Ah, ok. Ähm, oder ich spiel mal Bastion. Wir kommen ja mit Henso noch nicht so wirklich zurecht, muss ich sagen. Und wie kann man denn von dem Zeug bauen, bis man... Aus Licht werde Materie. Und scheinbar so viel, wie man will. Oh, wie ich das Ding getroffen habe, keine Ahnung. Ich bin ein WC. Oh, oh. Ich bin ein WC. Oh, oh. Nein, warum ist die da so lange auf mir drauf und keine Hilfe? Ach, die, äh, die WC war die Gegner. Meine Arbeit hier ist noch nicht getan. Konsolidiert unsere Verteidigung am Zielpunkt. Wie kein Treffer. Keine Angst, es ist nur ein kleiner Pics. Keine Angst, nur ein kleiner Pics. Oh, das ist ja ein Helm. Ist das so ein blöder Affe gewesen? Ach, Mensch. Kleiner Picsa, du. Punkt nuts, ich bin vor Partner. Ja, ich bin vor allem dran, nicht zu dürfen. Was ist das? ach da ist ein klopp gedrückt bis dahinten wenn ich eigentlich der einzige der gar nicht verteidigt hat ich habe eigentlich eigentlich gefühlt mit verteidigt und portal ja wow hat sie das ist nicht dein ernst mal ein lustig ja ich hab's gebaut ich wusste ich mir das geht ich habe das nicht gecheckt ich habe es auch noch falsch herum geboten ja okay teleporter offline ist auch gut so nicht werde machiert ich habe den Park geöffnet selbstschussanlage einsatzbereit ich werde bauen ja es ist halt irgendwie sehe ich immer alleine dann da ich bin direkt am spawn und dann bin ich alleine keiner mehr da ist ich stand hier so mittig da bei so einer rakete in dem studio ok also aber ich muss sagen so wirklich cool finde ich jetzt aber auch nicht mehr die dinger machen nicht so wirklich viel schaden gefühlt also was zum teufel ach so ich schaue achte gerade was war das denn jetzt bin schon wieder sofort tot aber es war möglich ja ja irgendwas habe ich mit also symetria finde ich jetzt nicht zu dem burner na bitte also die trösten finde ich jetzt nicht so den knüller muss ich sagen ja naja auf der map also gerade auf dem spielmodus ist sie kacke weil wo willst du die anbringen die dinger wenn du so einen einzelnen punkt verteidigt ist sie halt cool das ist das wir ja Ich hab dich im Visier. Ich bin weg. Ich werd mit der Null warm, ich nehm jetzt auch was anderes. Ja, würde ich empfehlen, bei der Map ist sowieso. Wir brauchen mal was, was Wumms hat hier, was sie da noch mal ein bisschen verteidigen können hier. Nehmt die Rüstung, schnell! Oh oh, ich muss weg. Wo kommt's denn, wo kommt's denn? Ich erinnere mich. Ach, sage mal. Sind schon wieder zwei Tanks durch die Mitte gekommen. Was macht ein Untertank eigentlich? Ich glaub ich muss ein Klammer wechseln. Keine Punkte. Gibt's doch nicht da. Da. Unglaublich. Was denn? Ach, die mir auf die, also, die, die Tussi, die, die Diva. Ja. Ja, ähm, mir grad, ich steh, ich steh oben schön, best schön, halt da rein und, naja gut, ich hab jetzt nicht an die Passive gedacht, dass er da natürlich rauskommt. Ich seh nix, ich seh nix, aber jetzt. Ah, da blicka. Oh, ne 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 ne. Oha, oooohhh, die Ulti von dem war jetzt gut vom Hansa. komm schon wiederbeleben 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 da war nicht so viele wieder ja ich glaube das war die aktion des spiels ich will ja nicht verschreien aber ich glaube die war richtig gut gerade noch mal gewonnen poli nur kurz von ziel ich bin echt gespannt das könnte gewesen sein die war noch mal nice war schade ne war sie nicht aber echt am schluss noch mal mit der ulti zwei weg drei weg geholt multi kill und den vierten vor vorbereitet ja jetzt auch nicht so mega er war aber auch nice ich glaube ich habe mit die meisten todesstöße gehabt ich bin ich bin